gute und schön dass ihr wieder mit dabei sein bei expeditionsarmutrunner game wir starten wieder in den kapaten mal wieder wo sind wir da rein man muss hier die komplette analyse machen wir normal naja gut für ein unterschied und wassergelände dann gehen wir hier rein logistiker nimm ich mit operator zwei trucks zwei trucks aber da steht noch einer da sowas brauchen jetzt hier alles jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst so dann nehme ich das hier noch mit dann brauchst du noch den zweiten track nämlich das mit ist das kein sprit mitnehmen kann und schon hier 200 meter drin dann starten wir das hier mal und expeditionsstaaten würde ich sagen und ich finde ja mal in der beschreibung schreiben also mal irgendwas rein schreiben ob der ton in ordnung ist weil ich habe hier technische probleme gehabt die musste ich hier ein bisschen ausmerzen und weiß jetzt nicht ob es zu laut ist oder zu leise also muss ich jetzt hierhin fahren mit dem daher gut von mir hier wieder runter mal gucken ob ich das hier mal gucken ob ich das hier zu machen kann ich mir das wieder vorstelle dann musste ich auch schon mal dann musste ich mich an die strahnde nein da kannte man spiel den linken als sona für die gegend nicht ich habe mich gewusst wo ich überhaupt hin musste keine ahnung deswegen sind wir jetzt wieder in den kathaten hier fallen schon wieder ohne das gibt es doch gar nicht was ist denn das wieso kann ich die winde nicht benutzen nicht verwendbar schon nicht normal oder das spiel das spinnleben ganz schön rum Keine Ahnung mehr. Ich habe die Schmerzparte zu bleiben lassen mit dem Spiel. Soll man lieber was anderes raus. Wo man vernünftig spielen kann. Alles kannst du nicht mit Schein spielen. Jetzt hat der einen großen Update. Hier ist das Gefühl mir noch schlechter geworden. Was das Fahren angeht so. Jetzt drüben wir so ein Plopsball hier. Vielleicht ist das auch das letzte Video, das Schäferöfen möchte. Vorne Brüche vorne. Kommt drauf an, wie es läuft. Reicht das jetzt? Schau mal wenigstens hier ein bisschen an eine Brücke. Um rüber zu kommen. Oh man, was ist denn das? Was ist das denn? Was ist das denn? Das geht so gut. Kommst du mit dem Ding fest neben die Brücke oder? muss sich doch mit der winde dahin ziehen mit allrad das wird schon wieder dunkel wie ich darauf keinen bock haben bei mir liegen echt die nerven blank mit dem scheiße hier, das nervt mich gerade so du kommst mit dem mini karten drauf und jetzt bist du doch vorher viel besser gegangen so was denn drüber wie fahren wir jetzt weiter die muss doch mal drüber so ich lasse mich mal die drohne raus holen die drohne dann müssen wir hier rüber fahren dann hier so hier ist wieder nix der zappelt wieder voll ab, der baum da muss hier rum der baum geht schon wieder rein, gut, wenn wir aufgefahren geht schon mit dem So, wenn wir hier fahren, ne? Oder hier drauf. Da soll sich schon gar nichts mehr passieren. Da noch schon drin, ne? Da noch schon drin, ne? So, wenn wir hier hoch mal mal schauen, welches Abend hier uns erwartet, ne? Wieder gegen einen Baum gefallen. Diese Bäume, ne? Ah, Mann! Hab ich absolut nicht gesehen, ne? Tom geht's hier hoch. Steht schon wieder so schräg, ne? Ja, und so? Ja. Die Baum verbunden. Ich hab mir meine Kommentare, ob das jetzt nur hier auf der Konsole ist, dass wenn ich die Winde aktiviere, also ich will die Winde aktivieren, den Motor ausschalten und die Winde beträgen. Aber es geht hier irgendwie nicht. Komm mal rum, zeige ich euch gleich mal. Hier ist mal Schuss hier, verbunden. Wenn ich jetzt die Mutter aufmache, ist es weg. Will ich die Winde benutzen, kannst du nicht benutzen, ne? Geht nicht. Ich kann sie nicht benutzen, auch wenn ich jetzt Leerlauf mache. Geht nicht. Ich kann sie nicht benutzen, auch wenn ich jetzt Leerlauf mache. Jetzt geh ich mal. Ja, ich bin nämlich der Lauf. Motor aus. Ist weg? Na, ist doch nicht normal, oder? Ich hab schon gesehen, auf dem PC können die viel besser spielen, dann können sie das Motor ausmachen, können sich ohne Mutterschatten durch den Fluss ziehen und so. Geht hier nicht. Keine Ahnung, bin ich zu doof dafür. Gut, fahr mal weiter. Ich muss mit dem wieder in die Schafe zurückkommen. Kippt doch nicht schon wieder um. Da will ich jetzt mal umkämpfen jetzt. Zieh mich da hoch. Jawohl. Jetzt fahr ich da hin, er darf mich durch nichts mehr auffallen. Da fahr ich aber nicht durch. Wo bin ich denn hin? Wo bin ich denn hier? Das muss ich durchfahren. Scheinbar, ja. Nee, hier komm ich rum nicht durch. Das ist mir ein bisschen zu eng. Ja, das geht auf einmal wieder, ne? Ja, überstehen können wir gut drüber fahren. Was haben wir hier? Lawinen, okay, die krieg ich eh nicht weg. Jetzt muss ich aber... ...hier hinfahren, da... ...hier hoch... ...hier hin... ...ja... ...und dann schauen wir mal weiter, ob ich überhaupt so weit da hinkomme. Für den nächsten können wir auch wieder ein paar Action spielen. Ich denke immer, da machen wir auch wieder ein bisschen Action. Bei der letzten Zeit habe ich ja nur noch... ...Schrauden rein spielen und gespielt. ...좌, da haben wir noch schon weitergegangen... ...hier hinzu. ...hier hinzu. Und zwar kann man noch in Corona 2 weiter spielen. ...hier hinzu. Ich muss hier irgendwie alles rumfallen, ne? Hier komme ich nicht vorbei, ne? Dann empfahre ich das irgendwie. Magisch kann ich nebenfahren, da kommt ja genau. Da muss was liegen, muss ich nicht durchkommen. Kann ich nicht wegfahren? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Jetzt bin ich hier, ne? Da hoch. Okay. Das Spiel könnte so viel mehr sein, ne? So viel besser, so viel schöner. Ich meine, es ist ein schönes Spiel, ne? Es ist schon schön. Wie komme ich jetzt hier rüber, ne? Ja, du hast... 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 Da hab ich da richtig... ...geguckt. Oh, Handbremse wieder mal. Ich und meine geliebte Handbremse. Ja, aber das Wandstück, so eine schöne Lichtung, ne? Wo man schönen Platz hat. Ich finde es toll. Ich finde es toll. Ja, und? So, ja, können wir es machen? So, und den haben wir auch, oder was? Oh, wie geht es durch. Zeig mir den Weg. Oh, je. Wir fahren ja da hin, ne? Da hoch. Hab ich schon einen Aufstieg gefunden? Ey! Ey! Boah, das ist Glück beim Bomber. Die Bäume manchmal, die retten wir das Leben. Kommt sie mir hier doch richtig. Das ist doch schön. Dann fassen wir da hoch. Das ist doch so schön. Spannende Hello. Wenn ihr es da hoch ist, dann... Du bist so großartig. Kompliziert ein bisschen. Gefälle? Nein, das war nicht Gefälle. Ich war wieder ein bisschen Pflänzlein. So, jetzt hab ich hier einen Vogel machen. Scan, was? Steinkreis, wo sind wir? Was? Da. Der Steinkreis. Wo bin ich jetzt? hast du noch mal ein zweites foto machen? wo denn? für Sichtcontroller? jawohl sauber da ist ein Schädel drin jawohl ja und jetzt was ist die Sichtcontroller? ok ok es wird nicht einfach und dann macht ihr auch schluss und dann sehen wir uns beim nächsten mal bis hier weitergeht dann machen wir hier schon leider also bis zum nächsten mal cheerio